Pandemie. Pandemie ist eine Epidemie, die länder- und kontinentübergreifend ist. Pandemie ist also eine Infektionskrankheit, die nicht örtlich beschränkt ist. Es gibt Epidemien, die zum Beispiel in Afrika immer wieder auftauchen, eben zum Beispiel Denkfieber und Ebola. Und wenn das über mehrere Menschen, über mehrere Kontinente geht, dann wird es zur Pandemie. Pandemien treten meistens auf, wenn irgendwelche Bakterien oder Viren von einer Tierart zur anderen überschreitet. Man kann eben sagen, normalerweise sind die Lebewesen gut eingestimmt auf die Bakterien und die Viren. Zum Beispiel Erkältungsviren leben mit Menschen eben und sie breiten sich etwas aus, aber es gibt keine allzu große Probleme. Auch Grippeviren sind da und natürlich alle möglichen anderen Bakterien. Und im Normalfall lebt der Mensch damit und manchmal wird er etwas krank und dann wieder gesund. Leider passiert es natürlich auch, dass Menschen an Infektionen sterben. Pandemien treten dann auf, wenn Viren, Bakterien auf den Menschen übergehen, die vorher in Tieren waren. Man nimmt zum Beispiel an, dass das so bei Aids war, bei den Affen oder auch mit manchen Grippeviren, dass diese entstanden sind aus der Vogelgrippe. Bekannte Pandemien waren zum Beispiel die sogenannte Antoninische Pest um 165 bis 180 nach Christus. Oder es gab auch die Justinianische Pest, die um 541 ausgebrochen ist. Es gab auch die zweite Pest, den Schwarzen Tod und andere. Diese Pandemien waren vermutlich Resultate zum einen vom Übergreifen von einem Tierart zur anderen und zum zweiten natürlich durch die Entwicklung von Schifffahrt und Handel, weltweitem Handel, kann das umso, dann breitet sich das auf der ganzen Welt aus. Es gibt auch andere Formen von Pandemie, die entstehen oder in den früheren Zeiten, die entstanden sind, dass wenn eine örtlich begrenzte Gruppe von Menschen Kontakt zur Außenwelt bekommen hat, dann hat vielleicht diese örtlich begrenzte Gruppe eine, ja, letztlich eine Resistenz gegenüber einem Erreger gehabt und wenn dann diese Erreger zu anderen Gruppen von Menschen übergehen, dann können diese sterben. Das war zum Beispiel der Fall, als die Europäer Anfang des 16. Jahrhunderts nach Mittelamerika und Südamerika gekommen sind. Dort sind ja 90 Prozent der örtlichen Bevölkerung gestorben. Und das war jetzt nicht nur die Brutalität der Spanier, sondern es waren auch die Erkrankungen. Es gab zwar jetzt keine weltweite Pandemie, aber die Spanier hatten bestimmte Erreger, bestimmte Krankheitserreger, mit denen die Indios bisher nicht vertraut waren und das Immunsystem konnte damit nichts anfangen. Und so sind ganze Landstriche weitestgehend ausgestorben.